Das Bauchgefühl von Kommissar Heinzle, das führt den Jahr nach unten, so wie der Titel des Buches ist. Und da schreiben Sie dorthin, wo sich ein einsamer, ein unschuldigen recht. Darf man verraten, wo dieses unten ist? Geht es da um unten wirklich etwas unter der Erde? Geht es um die Unte? Das darf man verraten. Es geht um einen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Und ich habe mir, wo ich mir die Geschichte vorgestellt habe, noch gedacht, es ist unrealistisch. Aber man recherchiert natürlich und dann kommt man drauf, oje, oje, die Österreicher statistisch gesehen haben ziemlich viele Bunker und entführen da auch ziemlich viele Frauen nach unten. Oder eigene Familienmitglieder hat es ja auch alles gegeben in Österreich. Also ich würde sagen, es hat einen realistischen Grundton und natürlich übertreibt man dann in der Fiktion etwas und gibt noch ein Sahnehäubchen drauf. Bei mir ist das wahrscheinlich die Motivation des Täters. Danke schön. Untertitelung des ZDF, 2020